Und hat mal wieder ein paar China Päckchen gebracht. Da mache ich wie immer Unboxing davon. Ich habe mir mal wieder ein paar interessante Sachen bestellt, was hier jetzt genau drin ist. Oh ja, oh ja, das ist geil. Ich mache wirklich von jedem Scheiß ein Unboxing. Jetzt muss ich ja mal zugeben. Aber die Dinger sind mal wirklich richtig cool. Das sind nämlich Alien Ohrringe. So sehen die Dinger aus. Und auf dem Bild, ich dachte erst, die sind winzig und der ist jetzt auch schon ein bisschen verbogen, aber das ist ja kein Problem. Ja, oh und die halten, die halten sogar echt gut. Und die sind, wow, die sind wirklich, also für einen Typen. Also wenn ich die trage, das sieht dann bestimmt schon ziemlich crazy aus. Die waren auch super günstig. Ich habe sie bei Ebay, glaube ich, bestellt, weil da haben die Dinger 1,60 Euro oder so gekostet, umgerechnet. Und die sind natürlich, oh, ich liebe sie ja. Ich liebe sie ja jetzt schon. Das wird zwar echt crazy, wenn ich die auf der Arbeit trage, aber könnt ihr sie sehen. Oh, die sind so geil. Die sind so geil. Ich werde euch die Teile auf jeden Fall unten verlinken, weil die wirklich, wirklich cool sind. Und auch von der Qualität her sind die wirklich okay. Die sind auch recht, recht schwer. Ja, jetzt habt ihr die Dinger einfach mal gesehen, könnt ihr sehen, so groß sind die. Also sind schon, habe ich jetzt zu Hause mal, das sind wirklich ganz schön mächtig die Teile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da oder auch nicht. Bis denn dann. Ciao. Ciao. Ciao.